Schweden! Der redet nicht. Der kann nicht reden. Also der kann natürlich schon reden, aber sein Mikro möchte nicht, dass er redet. Sein Headset. Das hat ihn nämlich hart verarscht und ist einfach mal kaputt gegangen. Und wir haben bisher nur verloren hier. Ne? HBG ist toll. Ich folge mal dem keinen. Ja, aber das bleibt ein bisschen demusiv hier. Ja. Ich hab noch einen sechsten Sinn, ne? Hast du nicht? Nein, noch nicht. Okay. Da fehlen noch ein paar Prozent. Ich hab die Krufe von meinem Medium drin jetzt. Ich bin ja schon fast beim siebten Sinn. Oh, um Gottes Willen. Dann ist das Gefecht. Der ist nicht verloren, sondern geboren. Ja, solange ich noch nicht sinnlos bin, ist das alles gut. Ich weiß nicht, wo ich hingeschossen hab, aber... Aber du hast was getroffen, oder was willst du sagen? Nein. Naja, ich sag mal so. Wenn man auf etwas schießt, dann hat man immer viel mehr Chancen daneben zu schießen, als was zu treffen. Pass auf, da kommt ein IKV. Pass auf, da kommt ein IKV. Das war's nicht. Oh. 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 Oh oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich brauche Hilfe, glaube ich. Oh, ich habe auf den T24 geschossen dabei. Sorry. Ich habe ihn bloß gekettet, ey. Ich kotze diese Scheißgare an, ne? Oh, das ist das letzte Gerät. Das letzte Gerät. Boah, also was Schlimmeres in diesem Spiel gibt es nicht. Als diesen Panzer? Oh, doch. Ne. Ach ne, du fährst ja einen anderen. Mein Gott, ich bin auch doof, ne? Oh. Was macht ihn denn so aus als schlechten Panzer? Was macht ihn so schlecht? Die Gun. Die Gun. Die Gun. Auf Stufe 5 fast 10 Sekunden nach einer Art, ne? 9,76 Sekunden. Und du kannst nicht mal aussuchen, welche Garten du nimmst. Entweder 10,5 oder 10,5. Okay. Ja, die Runde war ja so la la, ne? Aber gewonnen, ne? Ja, endlich mal wieder was gewonnen. Das stimmt. Juhu. Na ja. Hm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.